alles wird so eine weitere Runde ist da wo es wird von zwei ich bin CIS ich auch oh nein wir haben verloren warum ja Lennart Leon sind Klone das sind die besten Einheiten auf der Map mit den Droidenkanzler okay aber Daniel wir beide mit Tim gegangen ja toll der ist immer afkar wir haben verloren ja Tim ist wirklich nicht mal afkar Tim kannst mal bitte aufhören die ganze Zeit afkar zu sein wave from Keyword das ist ja der Weg von Keyword auch ich glaube dass er da war meintens der beste ja Tim ist super du bist der beste hab jetzt schon einen ich hab grad versucht zwei mal zu sehen wie man es sagt ja doch macht das macht das macht das ist das bringt voll viel äh wenn du das schaffst dann kriegst du 100 Kills ich kann Leon nicht abschießen weil hier Droidikas im Weg stehen ich abschießen Leon ich konnte ich die ganze Zeit nicht treffen weil der Droidikas im Weg sterben voll unfair kann das sein dass Lennart mich verfolgt hauptsache ich vergesse immer irgendeinen Spawnpunkt auszuwählen und nimm immer den der vorher ausgewählt ist ich war doch da fast gar nicht mehr zu sehen oder? Hä gleich hab ich vergesse Scheiße Leon, die wollten weg Achtung da kommt Ben Nein Leon stirb Alter wie wenig life ich hab ne? Nein! Da wo die dich geht hab ich denn überhaupt mal betroffen mit meinem Schuss? äh ich glaub du hast getroffen ja Hä wo warst du denn denn da? Hä wo kommst du denn da her? Hauptsache da waren so viele gleiche Droiden ich wusste gar nicht mehr wer du bist Ey wir haben jetzt schon verkackt weil wir keine Chance haben Ja keine Ahnung Ja Julian immer nur wegen dein Team verkackt immer Nein das letzte Mal haben wir voll gewonnen! Du hast einfach Pech Ich hab auch Pech das liegt ja nicht direkt an mir Hoffe ich Oh jetzt hab ich grad Nein das liege ich an mir ich hab nur grad meine eigenen Tropfen angeschossen Ja ne du läufst nicht in deine Granate rein du komischer Typ da Ich hab noch Arketen Alter was schieß ich denn? Ähm Ja Tobias Tobias fliegt nach oben Ich find Granaten geiler als Arketen irgendwie Ich auch Buh Bin allein auf Sauer Stopp 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 Ne Ja ok Ich versteh das nicht Er kann aber noch spielen sonst Nein Nein Das Lenard schweige Hä? Ihn hab ich grad getötet? Ich hab Leerung getötet Oh Gar nix Oh und Kann ich noch nicht mal wenden Ey Lenard Ja jetzt ist im Arsch So Geht gehts? Ne das geht nicht Ich bin der Host Ich kann nicht die Connection zu mir selbst verfehlen Schaffst du das Stronghold oder was fällt zu Ich bin wirklich jetzt alle weg? Ja 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 Ne Lert ist wieder da Da schwebt der Echt Da schwebt der Hallo Lert ist wieder da Dann könnt ihr doch auch wieder John Ja die sind doch dabei Ja Ey das sind zwei Ach das sind fünf Ja Das ist ein Abstand wie der Geist Juuu Boah die Granz Ey der ist ihm jetzt alleine wir beide We've lost control of the command post. Reinforcements are being depleted. Alter, Tim, wie oft änderst du deinen Namen? Wie der Lover forever. Ah, Granate! Was? Alter! Granate, ich komme hier! Äh, Leute! Wie hast du das denn hingekriegt, Granate? Oh! Alter! Guck mal, Leon! Schnell, guck! Ja, hau mir auf die Maus! Boah, Alter! Wenn du nicht guckst! Alter, wie viele Truppen sind hier! Wuuuh! Krasser Typ! Alter! Habe ich gerade aufgeräumt! Habe ich gerade aufgeräumt! Wir haben auch irgendwie 10 Kills gemacht, weil alle im Gang standen! Magna-Gard! Alebra hat 10 Kills auf einmal gemacht! Krass! Wurde! Mann! Wie krass ist das denn! Magna-Gard ist voll OP! Huui! im Dornal ja es geht ja du hast es sich vorhin gesagt dass er selbst genommen also wenn du das was auch ich brauche es wird nicht richtig ob er mag nachgarten Menschen in jedem nirft ganz sicherlich für die ganze Zeit auf dieser Plattform hier die ganze Welt besteht aus ja auf dieser Plattform hier wo ganz viele Leute spawnen jetzt nicht mehr Prozent Prozent durch die Tiefkühle 8.000 ja kommen der Dusch ist er sagt den Killer Blender zieht mich bis auf so viel runter du kommst davon das ist die kleine ja klar das hat auch und Spawn ich hab den dann was irgendwas ich spät wenn mir dein Name angezeigt wird ja das so alter die einheit ist so überbaut ist ja ich gebe jetzt auf oder schlechte weil die merkt es einfach so ist klar dass man jetzt nicht gewinnen kann was dann spielt ihr schlecht also die klone kann es denn unentschieden sei klar ist aber so als das magna garten immer noch magna garten du hast gewonnen ja nicht viel im dinger zu ländern klone haben sie gute verlor macht zwei schüsse dann bin ich weg wir trotzdem haben die klone so gut wie verloren aber nicht klar wenn du mal wüsstest die einheit sind wenn alle von euch das möchtest ja ich hab grad die pk gemacht ich weiß das an ich spawne der macht zwei schüsse ich bin weg sie hat auch noch keine streuung leonard gibt du das wollen nein ich glaube ich habe verloren haben versuche das auch zu reißen selbst wenn du dann leftest das so da kommen wir was reingenommen was was ich bin zu scheiße was ich habe da geschoben was dort kräftigen S aber ich hab's gekillt, oder? Ja, Hasen Sie sind sogar gekillt, bevor ich ich runtergestanden hab Ja Loll Alter Tim, du fliehst auch Kamikaze, oder? Moin Günther, hallo Horst Günther Was denn? Ja, das ist Tobias Jetzt wissen wir alle Tobias zweiten und dritten Vornamen Nee Und Tobias Nachname Okay, er heißt Super, du musst jetzt grade hier überspielen, Daniel Super Jetzt hab ich hier voll den coolen Effekt rübergelegt Alter, wenn wir Gewinnnachricht nicht ausländern Oh, Alter, da hinten sind so viele Truppen Ehrlich, wenn wir verlieren, wenn ihr verliert Nein, nein, ich dachte, jetzt mal ehrlich, ich dachte, ich würde irgendwie, äh, ich dachte, hier wäre eine Glaszeit schade Guck dir das doch mal an, Ländler Alter, wir haben nur 18, wir gewinnen das locker Guck doch mal Man hat keine Chance gegen dich Da macht drei Oh, Leute wer bei uns Scheiße Ich mach dauernd TeamKill aus Versehen wollen Hüh, Nii, Naare Hö Das sieht voll fällt aus, wie du da durchgrenzt Ja klar, es ist doch voll lustig, ui, lustig und weil die sich aufgestanden sie vertreten sie vertreten und stets sportlich tut mir leid aber du bist nicht schorten das kann muss was dagegen tun dass sie sterben dass sie nicht sterben erster aber drüben sind noch welche ich bin hier Achtung alle jahre aber die als Fettigke die Fettigkeitsamkeit ist nicht ersehend ja auch da und nur 50 Jahre geht es ja geht ja gut ja er hat aber besser in der Runde der Runde hat ein Wettbewerb zweiter einen von anderen und wenn man der Kunde muss werden wird mit denen geht der Brotraube und tschüss